Über die Pflicht. Wir gehen ja hier mit allen möglichen Begriffen um, mit denen Menschen zu tun haben. Das ist ja der Sinn dieses ganzen Kanals auch. Und da gehört alles Mögliche dazu. Und das hat einen philosophischen Charakter, das hat manchmal einen psychologischen Charakter, einen psychotherapeutischen Charakter. Und natürlich der Schwerpunkt ist immer wieder Nachdenken über, Denken über im weitesten Sinne, also im Sinne einer auch sehr frei aufzufassenden Philosophie, die sich mit den Dingen beschäftigt, also mit den Begrifflichkeiten, die wir an der Sprache haben. Und ja, der Begriff, hier dieser Begriff Pflicht. Du bist verpflichtet, etwas zu tun. Obwohl du dir im Anfang darüber nicht im Klaren warst, dass du verpflichtet sein könntest, musst du jetzt dieser Pflicht nachkommen. Also zum Beispiel, du hast eine Betreuung übernommen. Und bei der Betreuung denkst du ja das ganz gut, da komme ich an das Geld meiner Oma ran, die, nehmen wir mal an, sehr wohlhabend ist. Und dann denkst du, ja, das mache ich jetzt mal für die alles so. Da kann ich ganz prima Geld abkassieren. Das denken ja viele Menschen, die sagen so, der Wert ist mir wichtig, der materielle. Und dann kommt irgendwann mal das Betreuungsgericht, weil du dich nicht um die Frau gekümmert hast und sie vielleicht verkommt und dir es nicht gut geht. Und das Gericht fordert dich auf, deiner Betreuungspflicht nachzukommen und tatsächlich diese Frau umfassend zu betreuen, wie das eben ganz natürlicherweise der Fall ist. Dann musst du also dieser Pflicht nachkommen oder du bekommst eben diese Betreuung entzogen und jemand anders betreut, die vielleicht staatlicherseits oder ein Betreuungsverein und all das. Als Eltern haben wir die Pflicht, unsere Kinder zu erziehen, nach bestem Wissen und Gewissen und Fähigkeit und Bemühungen. Und das ist oft eine ganz, ganz starke Erziehungspflicht, der man nachkommen muss, auch wenn man unausgeschlafen ist, auch wenn man gerade keinen Bock hat, wenn man depressiv ist, wenn wenig Geld da ist und all das bist du verpflichtet, dein Kind zu erziehen und es ordentlich zu behandeln. Und das tust du natürlicherweise aus deinem Liebesband, das dich mit dem Kind verbindet, das ist ganz klar. Aber Liebe ist sehr unterschiedlich und Liebe kann eben auch mal zeitweise aussetzen, nicht da sein. Dann ist alles nur noch lästig und schwierig und problematisch und dann geht dir das auf die Nerven. Dann bist du aber trotz all dem verpflichtet, dem nachzukommen und mit dem Kind ethisch einwandfrei umzugehen und es nicht zu vernachlässigen und es schon gar nicht irgendwie zu schlagen oder zu misshandeln, sondern du bist verpflichtet, das Leben zu schützen und all das zu tun, damit deinem Kind nichts passiert, nichts Schlimmes passiert. Also eine Erziehungsverpflichtung in dem weitesten Sinne oder eine Beziehungsverpflichtung, eine Eheverpflichtung. Ich bin in eine Ehe eingegangen, ich habe geheiratet, ich habe mich trauen lassen und das ist also dann rechtsgültig als Ehe-Thematik und dann bist du verpflichtet, in dieser Ehe auch den ehelichen Dingen nachzukommen, auch wenn dir es manchmal stinkt und du denkst, die Partnerin der Partner ist jetzt gerade unausstehlich und am liebsten würdest du alles hinschmeißen und vielleicht fremdgehen oder sonstige Dinge tun, tust das aber nicht, weil du dich verpflichtet fühlst, weil du auch zum Beispiel loyal bist. Loyalität, das sage ich ja immer wieder auch an anderer Stelle, ist vielleicht die größte Form von Liebe, die wir haben. Also zuverlässig zu sein, verlässlich zu sein, sich um den Menschen und um die Dinge, um die Gemeinschaft zu kümmern, zu kooperieren und damit eben tatsächlich immer wieder einer Pflicht nachzukommen. Also die Pflicht ist das, was er vor allem dann einsetzt, wenn es nicht mehr so toll läuft, wenn es nicht selbstverständlich ist, wenn wir nicht unmittelbar unsere Bedürfnisse befriedigt sehen, wenn wir nicht immer nach dem Lustprinzip gehen, sondern dann eben auch eine Pflicht entsteht. Die Pflicht zu reden, die Pflicht, einen Konflikt zu schlichten und damit umzugehen, die Pflicht, etwas Gemeinsames zu tun, auch wenn es schwer fällt. Also wirklich, das fällt ja auf bei dem Begriff Pflicht, es ist immer dann eine Pflicht oder eine gewisse Verpflichtung und all die anderen Begrifflichkeiten, die damit zusammenhängen mögen, wie diese angesprochene Loyalität und so weiter, wenn es einfach nicht das Übliche ist oder das, was man sich vorgestellt hat, was man geplant hat, was eigentlich dann auch üblich ist. Also dann immer dann, wenn es schwer wird oder schwer zu drohen scheint. Bedürfnisse stehen, wie gesagt, dann hinten an. Und als Menschen lernen wir ja auch immer wieder mit Bedürfnissen umzugehen, sie zu kontrollieren, sie aufzuschieben, sie zu hierarchisieren, zu sagen, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig. Und hier die Pflicht in der Verlässlichkeit, in dem Durchstehvermögen, auch etwas auszuhalten. Das Aushalten spielt ja in unserem menschlichen Leben eine ganz entscheidende Rolle, neben der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, die wir haben, etwas durchzustehen, auszuhalten. Also auch wieder dessen, dass man denkt, mein Gott, ich halte es eigentlich nicht mehr aus. Und dann hältst du es trotzdem noch aus und bist weiterhin eben verpflichtet. Also etwas zu halten. In dem Sinne wirklich etwas haltbar zu machen, weil die Dinge zeigen sich an sich erst auch bei den problematischen Geschichten, die wir als Menschen immer wieder miteinander erleben. Und dann etwas halten zu können, etwas durchstehen zu können, den Pflichten nachzukommen. Eine Gemeinschaft zum Beispiel, die höher ist als das Einzelinteresse, das ist ja immer wieder eine ganz große Pflicht in einer Gemeinschaft, in einem sozialen Miteinander als Menschen, dass diese Gemeinschaft mehr trägt und wichtiger ist als eben nur ein Einzelinteresse von bestimmten Menschen in einer Gruppe. Es ist egal, ob das jetzt schon eine Kleinfamilie ist, also eine Ehebeziehung ist, eine kleinere Familie ist oder eben größere Gruppen von Menschen sind, die zusammen sind. Die Pflicht als ein Muss, um das nochmal zu sagen, über unterschiedliche Zeiten hinweg. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und man kann sogar der Auffassung sein, dass die Dinge an sich, weil sie eben dual sind oder weil sie auch eine gewisse Polarität haben, immer wieder schwierig sind und nicht schwierig sind. Und das bedeutet, dass wir in der Pflicht ein Kontinuum haben, also etwas, was tatsächlich noch weiter funktioniert. Denkt dir mal so aus, das ist ein absoluter Katastrophenzustand und es ist alles zerstört und kaputt und es lauern überall Krankheiten, Krankheiten, es ist Armut vorhanden und all das. Und tatsächlich eine gemeinsame Verpflichtung, hier zusammenzustehen und es trotzdem zu schaffen und nicht unterzugehen. Und das ist ja das, was uns wirklich als Menschen ausmacht, was uns geradezu adelt in dieser Spezies. Und das tun auch viele andere Tiere, die dazu in der Lage sind. Aber eben dann besonders verpflichtend, mit etwas umzugehen, um dadurch tatsächlich zu überleben und weiteres. Die Verpflichtung zum Unterhalt. Also nehmen wir mal an, du bist Vater und hast ein Kind gezeugt, wolltest du es eigentlich nicht, die Frau hat das Kind bekommen, dann bist du verpflichtet, einen Unterhalt zu zahlen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du eben herangezogen und auch bestraft und all diese Sachen. Also das Recht ist voller Pflichten auch, wenn wir jetzt uns im Rechtsbereich umschauen. Die Pflicht als Unbequemlichkeit durchaus. Ein Unbild plötzlich mitten in der Nacht muss ich aus meinem Auto aussteigen und diesen Menschen dort helfen, der hilflos in seinem Auto einen Unfall erlebt hat und bin verpflichtet, auf jeden Fall Rettung so schnell wie möglich zu holen. Oder ich habe eine besondere Hilfspflicht, wenn ich natürlich vom Fachberuf bin, ich bin Therapeut, ich bin medizinischer Therapeut, ich kann also gute Wiederbelebungsmaßnahmen machen, aber ich habe Pflicht dazu tatsächlich, das zu tun und eben auch diese Unannehmlichkeit und Unbequemlichkeit in Kauf zu nehmen. Also es muss wirklich, um das nochmal zu sagen, im Sinne eines Weiteren, im Sinne eines Kontinuums in einer außerordentlichen Zeit, in einem außerordentlichen Zeitrahmen, der sehr schwierig ist, es trotzdem zu tun, obwohl man sich ekelt, obwohl man eigentlich eine Aversion hat, also das eigene Ego zu überwinden in dem Sinne, zu sagen, ich bin trotzdem da. Also Freundschaften zeichnen sich vor allem auch dadurch aus, dass man nicht nur in guten Zeiten da einen trinkt und gut drauf isst und was macht und Späß und Humor hat, sondern gute Freunde zeigen sich vor allem in schwierigen Lebenssituationen, ob sie dann noch da sind und damit die Freundschaft haltbar ist oder eben nicht mehr. Viele Freunde, sogenannte Freunde, verabschieden sich dann in außerordentlichen Situationen und gehen es off und sind dann einfach nicht mehr da. Also im Sinne einer Überbrückung zu erwünschten, besseren und vielleicht normaleren Zuständen, die wir dann hoffentlich im Leben wieder haben. Auch im Sinne des Zwecks der Ethik, im Sinne des tatsächlich Zusammenhalts, obwohl man das nicht üblicherweise tun würde, also über sich hinaus wachsen, auch im Sinne der Pflicht, Pflicht über die unmittelbare Freude und Bedürfnisse hinaus. Und es gibt sehr viele Menschen, da hat man vielleicht auch den Eindruck, die leben nur aus ihren unmittelbaren Bedürfnissen heraus, geradezu egozentrisch und alles andere interessiert sie dann nicht. Also, um es nochmal auch daran zu angeln, wir leben ja in einem Rechtsstaat, auch da geht es um Rechte und Pflichten, die wir alle zu erfüllen haben. Wir haben Rechte auf der einen Seite, wir können für unser Recht einstehen oder wir lernen für unser Recht einzustehen und auf der anderen Seite gibt es eine Menge Pflichten, die wir vielleicht auch sehr blauäugig zunächst mal übersehen und dann denken, ja Gott, was wird schon irgendwie gehen, dann geht es nicht und du merkst, es wird schwierig. Und diese Schwierigkeiten dann durchzustehen im Sinne einer Pflicht ist wichtig. Also auch im Sinne des Bekommens und des Gebens. Als Menschen bekommen wir etwas und wir müssen etwas geben oder wir geben etwas. Also wir lassen etwas in dem Sinne laufen, in dem Sinne, dass wir etwas erhalten und dass wir auch etwas von uns tätig geben oder materiell von uns geben, Geld, Spende und sonstige Dinge einfach auch. Und das hat ja auch etwas sehr stark mit Pflicht zu tun. Viele Menschen sind sich über ihre Pflichten gar nicht im Klaren. Und ich meine das sowohl von der ethischen Seite, also von der nicht egozentrischen, von der menschlichen Seite her, als auch von der rechtsverpflichtenden Seite her, die das geradezu einfordert. Und insofern lohnt es sich ab und zu mal, über diesen Begriff die Pflicht nachzudenken. Ich habe ihn dann über die Pflicht nachzudenken, auch von der Anzeite, die Pflicht nachzudenken. nicht so gut läuft, dann kann ich auch etwas Gefühl sein, weil das eine große Zeit ist nicht, denn das ist nicht so gut. Aber aus den Begriff zu müssen, auch wenn es der Pflicht nachzudenken, denn die Pflicht hat eine Worte erhebbeden, Und wenn es die Pflicht nicht so gut ist, Vielen Dank.